Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab November 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf-Bilg. Das Objekt hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Parkplatz. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Die möblierte Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 56 Quadratmetern. Die Pauschalmiete beläuft sich pro Monat auf 1.100 Euro. Wir freuen uns Sie näher zu informieren. Untertitelung des ZDF, 2020